Ein Tanz, der gut in eine verrauchte Bar in Buenos Aires passen würde. Doch diese Tango-Schule liegt fast 7000 Kilometer entfernt davon, in Havanna. Die Tanzschüler in Kubas Hauptstadt haben dem Salzner den Rücken gekehrt. Sie wollen den argentinischen Tango hier am Leben halten. Ich kämpfe dafür, dass die Tradition des Tango erhalten bleibt. Ich unterrichte die Jüngeren darin, wie Tango gesungen wird und wie er getanzt wird. Ruben leitet das Tango-Haus in Havanna seit mehr als zehn Jahren. Das Haus ist vor allem ein Museum. Kubas große Namen des Tango aus den 1930er Jahren sind längst verstorben oder ausgewandert. Luisi Bravo ist 76 Jahre alt. Tango ist sein Leben. Der Tango in Kuba wird nicht sterben, denn wir tragen ihn in uns. Und ich glaube, dass die Jungen hier den Tango lieben werden. Doch die Konkurrenz ist hart. Es ist schwer, den Tango etwa gegen orientalischen Tanz zu verteidigen und vor allem gegen den allgegenwärtigen Salzer. Nur ein paar hundert junge Leute hier in Havanna interessieren sich für Tango. Doch sie geben ihr Bestes, um seine Tradition aufrecht zu erhalten, weit entfernt von seiner argentinischen Heimat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020